Was geht ab? Ich bin's Tom. Ich bin's Felix. Und heute machen wir ein Cola-Ressenters-Challenge. Das ist wirklich hart. Wir gehen jetzt einkaufen. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Ciao! Stopp, 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 stopp. Stopp! Wir fangen jetzt an. Das ist ja richtig Cola, würde ich sagen. Wir fangen mit 5 an. 5 an, würde ich sagen. Wow! Das schäumt schon ganz schön. Wir schrauben die zu. Wir wollen die zuschrauben. Ja, dann explodiert es vielleicht. Wir wissen es nicht. Aber es geht doch so sagen, dass es explodiert, aber mal den auch stimmt. So, wir haben mit 5. 5? 5, Moment aus. Mal den auch du alle reinkriegst. Ich glaube, ich schaffe es gar nicht. Ich will drei reintun. Mach so viel, wie du kriegst. Na, zuschrauben dann. Tu eins rein, zu zuschrauben. Halte das zuschrauben. Das geht total schnell hoch, gell? Nein! Nicht gewinnen! Wir hatten ein technisches Problem. Wir konnten das leider nicht filmen. Es hat geklappt. Uns war richtig gut. Das hätten wir niemals gedacht, dass es so geklappt. Wie viel hast du jetzt reingemacht? Wie viel hast du jetzt reingemacht? Oh, die schäumt ganz schön. Wenn sie noch trinken will. Wenn sie noch trinken will. So. Ändert sich mal mit der Pepsi-Lite. Pepsi-Lite. Wird auch genau ordentlich durchschütteln. Freche Kräuter am Start. Du so viele rein, wie du kannst. Oh, wir wollen ja nix. Oh, dann schraub sie mal zu. Oh, ah ja. Oh nein. Sie geht jetzt schon. Also, ohne mehr. Wie viele glaubt ihr kriegt drei, ich glaub zwei. Ich glaub, tu einfach alle rein. Danach werde ich die Packung auch rein. Dann werde ich sie runtergefallen. Wir haben jetzt die, ähm, wieder aufgefüllt mit den anderen Cola-Flaschen. Der ist jetzt mixt mit Pepsi und Kohle. Watt. Wie viel so weg ist der Produk? Natürlich. Auf die Seite damit. Seht ihr das Regie schon so aus? Oh. Ja, Feuermd. Okay, noch etwas. Noch eine Sache. Noch eine Sache. Oh, da ist zu wenig drin. Komm nochmal, ganz viel Mentors rein. Tu doch mal Cola rein. Hä? Jetzt kommt's da auf einmal raus. Wir tun so viele rein wie möglich, aber es geht, es passiert nichts. Ja. Was ist da nur los? Schüttel die mal. Wir versuchen jetzt mal die zu schütteln. Noch mehr schütteln. Wir gucken. Kann ich noch den Boden wirken? Kann ich noch den Boden wirken? Kleiner Effekt. Machen wir die zu. Oh, die wird ganz weiß. Die ganze Packung zu und dann dreht die Flasche zu. Hast du einen Störz? Oh, die ist auch schon. Entschuldigung. Entschuldigung. Arme Cola. Leute, macht nicht nach. Es ist wirklich Verschwendung von Cola. Macht nicht nach. Wie habt ihr euch gemacht? Haben nicht gesehen. Passiert nichts groß. Hat einen kleinen Effekt. Baba. Oh ja, das ist kein Löffel. Ja, für 50.000 Likes. Also war's. Oh. 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 Tschüss. Oh. Oh. Okay. es hat nicht ganz geklappt, aber es hat ein bisschen schon geklappt und wir würden sagen Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis es wieder heiß ist Ciao